der Welt mit in der Welt er auch nicht in der Welt die 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 und nicht 30 Sekunden bis zum erscheinen der Versammlung. Komm jetzt am liebenden Teil. Vielleicht sind sie auch auf die Idee gekommen zu invaden. Oh! Nein, sind sie nicht! Was hat denn los? Hat doch geprockt. Vielleicht noch hinterher. Ja, der Flash war jetzt also... Naja. Der wird nicht gut runter gehauen. Und die haben nichts gemacht. Das war schon mal gut. Nautilus ist das Flash. Geused, also... Flash auch. Ja, das war halt... Ich weiß auch nicht, warum der da hinterher geflasht ist. Warum auch vorher nicht irgendwie Q geused hat, weißt du? So, das war ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich bräuchte unbedingt Hilfe. Jetzt wo ich kein W hab. Ich schlag Ihnen die Zähne ein. Ach ja. Wer braucht Prügel? Oh... Ich rette den Tag. Oh... Hier kannst du die Schlachtzeilen! Eigentlich müsste ich hier als Botlane gehen, ne? So ein bisschen campen. Ja, weil vielleicht kein... ...weil ein Autodokhan... ...flash hat, weil... ...könnt ihr den ganz einfach holen. Ja eben, aber irgendwie... ...will ich nicht. ...weil... ...weil... Ey, Renekin hatte doch Locker E oder? Der hat ja am Anfang gekl... ...we... Warum hat er den Timo nicht gestunt? Aber Timo hat Flash raus. Ich erledige das auf meine Weise Easy Oh leil Das nenne ich Easy Ich komme Mitte Und hier Jetzt Das ist doch schön Wenn wir die ganze Zeit Die ganzen Flashes und so bekommen Das ist doch nett Können halt Easy Dragon machen Ich muss nicht mal Krabbe machen Warum würde ich eine Krabbe machen? Oh es taunt so laut Ich komme mit Mitte Ja Und Drache Flo Nein Ja Dadurch dass ich eben Hacker gekillt habe Ich habe wahrscheinlich nochmal einen neuen Double Buff bekommen Alter Das ist so geil Ne Ja Das glaube ich dir sehr Oh herrlich Herrlich Ich habe hier Ich habe hier Gehöre Ich habe hier Das ist das Ich habe hier Ich habe hier Ich bin nur Level 6 Ich bin nur Level 6 Ich kann GetBase Ich habe mich gewartet. Ich komme noch mal wieder. Oh, geh drauf. Ah, scheiße. Tschüssi. 5 und Red Buff, Base, dir Blue Buff geben, Mitte klingt nach einem exzellenten Plan Loll hier ist neckerer bei mir Ich bin unterwegs Wut? Wo ist denn? Ich wollte auch grad zur Pflanze flashen und dann Q usen, aber irgendwie hat der Hackerin mit seiner E auf einmal ganz schön Stabbage gemacht Ah, ich hätte Base gehen sollen, ich hätte smiten sollen vor allem, Alter, warum smite ich nicht? Naja Ich weiß gar nicht, ob ich Ghost Key uswit, Scheiße Brauchst du den Blue? Ne Geil Ich brauche Level 6 Wir sind neckerer Neckerer, keine Ulti Ich bin ne eigene Verspärkung Ich bin ne eigene Verspärkung Ich bin ne eigene Verspärkung Eckerer, hat er gerade die Pflanze gefunden, die Gewichtpflanze benutzt Ja Ach Krabben machen ist ne Gebot ey Wenn du auf deine Grenze stößt, demoliere sie Ah! Oh! Ich bin Level 6 Wuh! Ich kann grad nirgends ganken In der Mitte, obwohl auch nicht Weil die so defensiv steht Ja, das ist etwas doof Ja, das ist etwas doof Etwas? Etwas sehr Noriana fehlt Oh, Botlane kann ich auch nicht kommen, weil die pushen? Man Dann fahr mich halt weiter Ich brauche noch 300 Gold Für? Morellus? Jo Jo Äh Scheiße Ich hoffe die wollen keinen Droh Ja Oh Äh Häckerin, kommst du dir Jo Jojo... Als diese Q nicht getroffen hat ey... Das ist unlucky... Na wie weh... Oh Gott, hier ist Neckarim! Oh Gott! Das Damage, Alter! Heilige Scheiße! Wuhu! 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 Not even close! Not even close! Genau, aus diesem Grund habe ich selbst mit Lenar Teleport dabei! Ja, ist schon praktisch! Aber kommt doch mal drauf an gegen was du spielst, weißt du? So oder welchen Champion auch spielst du? Wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Velcost spiele oder so, nehm ich lieber Barrier mit! Kann ich auch während meiner Ulti usen! Versprechen! Er ist nur noch... Oder halt wenn ich gegen... Weiß ich nicht, gegen eine Lux spiele oder so, nehm ich auch nicht gern TP mit! Nehm ich auch gern noch Barrier mit! Einfach nur wegen dem... ...extra safe! Gegen ihre Ulti. Nein. Alter. Das war Damage. Respekt, Renekon. Holy. Das hat die Big Manny nicht bekommen. Das ist nice. Waren wir First Tower? Ja. Nice. Ich hatte gerade voll erwartet, dass das irgendwie Renekons-Dings war. Renekons-DP. Auf die Botlane? Ja, eben. War es auch? Ne, von dir. Also als du TP-tast. Dachte ich, Renekon hat TP-t. Aber wie ich hätte rennt, ehm, eh, bevor er irgendwie auf Sinn oder so springen konnte, abgebrochen habe, indem ich meine einfach Kühe gemacht habe. Ich dank dir dafür, Alter. Der wollte meinen Arsch, ey. Der wollte meinen süßen, knaggigen Weiharsch, ey. Ohne Witz. Das war... Oh, ich bin da. Hallo. Oh. Good Job. Easy. Das war dumm. Easy. Oh Gott, Timo. Du hast dir dein Will rausgeholt. Was habe ich? Du hast dein Will rausgeholt. Wie? Oh, scheiße. Ich habe es nicht gesehen. Ach ja. Was ist der nächste Trick? Auch ein Horklaut-Rick. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Ich bin einfach mit dem Farmen so weit voraus und ich habe einfach ein Kill mehr als die Ori. Ja. Ich habe 34 Farmen mehr als sie. Ich habe keine Ulti, sonst würde ich da einfach so reinrushen. Oh. Hier. Oh. Drei. Oh, shit. Kein Ding, Bruder. Boah, deine Mom. Oh Gott. Timo kommt bestimmt gleich. Ich gehe weg. Alter. Wie wir beide den Scheiß überlebt haben. Ey, was? Ja. Boah. Geil. Ich habe dir deinen kleinen Arsch gerettet, ey. Ja. Ey, 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 ey. Ich habe meinen Ulti wieder ab. Nice. Wer braucht Prügel? Äh, klar. Mach wat auf deiner Grenzen stil. Ach, crazy auf deiner Grenzen. Nope. Der große ist meiner. Oh, Harald mache ich irgendwie so selten, Alter Uh, ja, die ist tot Alter Hey Oh, ja, ein Hacker im Hintergrund, Alter Ui, 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 ui Alter, das Blech, der Vod... Not even close Tico Ich geh mir mal Blue holen Ja Warte hier, nimm den Gegner Uiuiui Weißt du, da ult ich noch den Hackeren Oh 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 Schmeiß den Blue weg Ich bin da, aber low Da ist der Hacker, hinter uns Oh ne, Jinx und so kommen auch noch Oh shit Flash Ulti Von Hacker und von Jinx auch noch Flash Echt? Ja Ja immerhin zwei Flashes für ein Kill Na gut, mich haben sie auch noch bekommen, aber Geht noch Ja, aber die beiden sind für mich geflasht Ja, eben Also die Jinx ist hier eben einmal kurz umgedreht Deswegen dachte ich so, ach komm, die geht vielleicht weg Dann muss ich meine Crew jetzt auf Hackerem einsetzen Und dann ist sie sofort wieder zurückgedreht Ich dachte, oh man, dein Ernst? Nächster Drake ist Oh, zweiter Höllen Drachen Nice Hier war gerade irgendwo ein Nautilus Da ist ein Nautilus Der Minion kriegst du, hast du nicht gekriegt Oh, verdammter, war er auch vorläuft Für Big Minion habe ich bekommen Den wollte ich eigentlich haben Hallo Hackerin Okay, du hast Trotzdem noch ein Red Ja, hab den Red bekommen Ich hab Oh Leute, warte, was? Ich hab den Red bekommen Alter, wir spielen als Team so gut, Alter Oh, ne Witz Oh, ne Witz Oh, ne Witz Ich hab nicht mal meinen Trinity fertig Ich hab mittlerweile jetzt meine Rabadons fertig Alter, ich bin ein fucking Supporter Er hat mehr Kills als ich Aber ihr habt den gleichen Assist Ja, und? Er hat mehr Kills als ich Ja, gut Ja, hab ich gesagt Baron Hackerin Bot, Hackerin Bot Baron, Baron, Baron Aber wir haben zwei N-Hips Ja, eben Hackerin Spot, Alter Jetzt ist es zu spät Wohl Er snackt sich jetzt die Jinx War noch nicht Ja, kann das jemand anders denken, bitte? Werdenkendlich senkt mal Oh, danke Ich hab jetzt Rabadons Nice 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 Und Schuhe hab ich auch schon fertig Das war auch geil Hacker ist immer noch Bot Ich bin auch noch auf dem Weg, ne? Weiterauf, weiterauf, weiterauf Das hat er getötet Ja, meine E auf dem Minion Ich hab meine E hier auf dem Minion gejustt Das hat ihn gekillt Ja, wegen der Schockwelle Ja, ja, ich weiß Solange wir das Game gewinnen Ja, ich komm zu Loga Ich mach's dir in der Gegnerbase noch schnell im Pentacle Oder auch nicht Loll Nein Nein Oh Gott, das war ein nettes Game du Geil Oh, ich wurde in Flexi 5 gegen 5 in Bronx 1 gesetzt Hm? Diese Saison beginnst du in Flexi 5 gegen 5 in Bronx 1 Als ob ich kein S bekomme Alle aus unserem Team S, S plus, S minus, ne? Und ich chili mit nem A Warte, 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 warte Gin, S, bin doch ich, S Man Mann